Kein Wölkchen zu sehen, also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Schuss Richtung Tor, richtig stark gehalten. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Kein zu hohes Risiko eingehen, erstmal Safety first. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Blauwitsch ist abseits. Die Favoriten geben hier sofort den Ton an. Sie kennen nur eine Gangart voller Kraft voraus. Pogba. Ware. Ware ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Ja, noch gut geblockt. Eckball. L'Occatelli. Die Chance zum Abspießer. Und er ist zustände. Das war eine richtig starke Rettungsstart. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Per Kopf. Ganz knapp am Tor vorbei. Wollahowitsch hätte mit Sicherheit aus dieser Szene mehr machen können. Barrero. Wiedmer. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Der kommt tatsächlich. Und der Schuss. Und Cisney pariert. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ah, das ist die kurze Variante. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Wie groß ist der mit? Ordentliche Chance. Das ist fast eine 1 zu 1 Kopie von vorhin. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. Und geklärt. Die Favoriten geben hier sofort den Ton an. Sie kennen nur eine Gangart voller Kraft voraus. Pogba. Wer? Wer ist der Tempomacher auf der rechten Flanke? Ja, noch gut geblockt. Eckball. Locatelli. Die Chance zum Abspieler. Und er ist zur Stelle. Das war eine richtig starke Rettungsstart. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Per Kopf. Ganz knapp am Tor vorbei. Volahovic hätte mit Sicherheit aus dieser Szene mehr machen können. Barriere. Barriere. Wiedmann. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei. Und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Der kommt tatsächlich. Und der Schuss. Und Cisney pariert. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ah, das ist die kurze Variante. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Die Favoriten geben hier sofort den Ton an. Sie kennen nur eine Gangart voller Kraft voraus. Das ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Ja, noch gut geblockt. Eckball. Locatelli. Die Chance zum Abstieg ist er. Und er ist zur Stelle. Das war eine richtig starke Rettungsstart. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Per Kopf. Ganz knapp am Tor vorbei. Volahovic hätte mit Sicherheit aus dieser Szene mehr machen können. Barreiro. Barreiro. Wiedmer. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Der kommt tatsächlich. Und der Schuss. Und Cisney pariert. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ah, das ist die kurze Variante. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Wie groß ist denn mit ordentlicher Chance. Das ist die kurze Variante. Das ist fast eine 1 zu 1 Kopie von vorhin. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. Und geklärt. Ja, ein super Ball. Er entscheidet sich dafür, erstmal hinten rumzuspielen. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Léger sum. Und rein damit.